Wir sind heute endlich wieder am Wasser. Ihr seht die Saar im Hintergrund. Die ist gerade richtig hoch und braun, hat heftige Strömung. Also Angeln im Hauptstrom ist gerade eigentlich gar nicht machbar, sind aber super Bedingungen um jetzt halt in den strömungsberuhigen Bereichen zu angeln. Wir werden wieder ein Hafenbecken befischen. Ich denke, dass es zum Angeln gute Bedingungen sind eigentlich, aber was heute schwierig wird, es soll sehr sehr viel regnen und auch starken Wind geben. Das heißt, Köderführung, Köderkontrolle könnte schwierig werden mit dem Gummifisch, aber ich muss sagen, ich habe mir abgewöhnt, mein Angeln vom Wetter abhängig zu machen. Man muss angeln gehen, wenn man Zeit dazu hat und wir werden einfach mal gucken, dass wir das Beste draus machen. Ja. wir haben noch richtig früh am morgen hier sind gerade vögel unterwegs ohne ende ihr hört die ganze zeit diese großen dohlenschwärme zum beispiel die überall überwintern viel kormorane gänse säger ganz viel zieht sich hier zusammen wenn der fluss so hoch und schnell ist ist natürlich der hafen auch für kormorane super interessant ganz klar das wasser hinter uns im fluss ist schnell und trüb das auch für die schwieriger zu fischen deswegen sammeln die sich natürlich jetzt auch hier geballt im hafen hier haben wir gerade super bedingungen finde ich außer der wind nämlich das sieht man auch hier kommt gerade ganz ganz trübes wasser aus dem fluss hier im hafen mischt sich dann dieses trübe und noch klare wasser wir haben hier ganz ganz unterschiedliche wasserfarben auf kleiner fläche da haben wir strömung hier haben wir ruhige bereiche diese ganzen grenzlinien an denen fische immer mal in das schnelle gehen können zum nahrung suchen zum beispiel und dann wieder sich zurückziehen können nach diese verschiedenen gewässer oder wasserfarben sind eigentlich immer richtig richtig gut also überall wo viel struktur ist oder wechsel in bedingungen sind hat man meistens auch relativ gut fisch stehen hoffe ich jedenfalls leider einer der größten feinde beim gummifischen ist wind insbesondere seitenwind wenn ihr gummifischen geht ich meine manchmal kann man sich nicht aussuchen man hat urlaub man will angeln gehen und wenn dann wind da ist ist immer gut ihr stellt euch mit dem wind im gesicht oder mit dem wind im rücken dann ist eigentlich ganz gut zu fischen hier haben wir jetzt wirklich ungünstigste bedingungen wir haben richtig harten seitenwind der natürlich immer eine schnur rein bläst dadurch entsteht ein großer schnurbogen und die köderkontrolle und auch bisserkennung leidet wirklich richtig viel was ihr aber machen könnt ist ein bisschen schwerer fischen ganz klar ein bisschen größeren bleikopf drauf tun dass der die schnur ein bisschen mehr spannend und bei wind müsst ihr mit ganz tiefer rutenspitze fischen mache ich ja jetzt auch für die rutenspitze quasi fast über der wasser oberfläche damit einfach wenig schnur in dem wind ist in der luft ist und dann auch vielleicht einfach nicht zu große distanzen fischen wenn es geht damit man so wenig wie möglich angriffslöcher hat aber ganz klar egal wie es angreift ein bisschen kontrollverlust und auch ein bisschen schwächere bisserkennung habt ihr bei starken wind immer ich versuche gleich schon noch einen großen gerade einen abriss gehabt warum auch immer liegt irgendwas im wasser da man normalerweise hier vollkommen hänger frei angelt natürlich auch keinen fertig gebundenen stahl was man eigentlich besser am abend vorher machen sollte mit warmen fingern und ohne wind stahl vorfach bauen müssen wir jetzt hier machen so Ja, die Bedingungen sind leider auch ganz anders, als ich es erwartet habe. Ich habe immer nur die Pegelstände angeschaut und dachte, dass die Saar noch deutlich, deutlich mehr Wasser hat. Wir können halt immer nur Pegelstände gucken, das ist ein Stück zu fahren hierher, deswegen konnten wir vorher den Fluss überhaupt nicht beobachten. Leider ist der kaum hochgerade, der Fluss selbst ist zwar trüb, aber wie ihr hier sehen könnt, das Hafenbecken ist immer noch richtig klar, das ist also keine schönen Bedingungen für Zander und so weiter. Ja, und deswegen denke ich, wird es wieder ein schwieriger Tag werden. Ja, man sieht, die Bedingungen werden hier nicht gerade besser. Erstens ist der Wind viel stärker geworden. Zweitens fließt gerade ganz stark Wasser aus dem Hafen raus. Hier wird es immer klarer, also die Saar nimmt an Höhe ab und dementsprechend fließt gerade massiv Wasser aus dem Hafen raus. In stauregulierten Flüssen kann es super schnell gehen, so hier auch. Und wir haben bisher jetzt hier mit Gummi auf Barschzander wirklich keinen Anfasser gehabt, gar nichts. Deswegen denke ich, werden wir jetzt ein bisschen mal Taktik wechseln und hinten in das hintere Hafenbecken reingehen, wo es wirklich ruhig ist und auch relativ klares Wasser hat. Und mal ein paar Würfe probieren auf Hecht, also sprich nicht mehr so hart am Grund, ein bisschen größere Köder angeln. Hier sind zwar nicht viele Hechte drin, aber vielleicht gerade bei den Bedingungen, wo der Fluss so trüb ist, doch ein paar, die jetzt hier in den Hafen zurückgezogen haben. Und wir haben ja letzte Woche gesehen, es gibt Hechte. Und das werden wir jetzt mal ausprobieren. Weil das hier im Moment anscheinend keine große Aussicht auf Erfolg hat. Wir haben hier eine super interessante Struktur. Zuerst läuft es hier so auf so eine Stufe aus, die vielleicht so zwei oder ein bisschen weniger Meter tief ist. Dann geht so eine schräge Kante runter in das Hauptbecken, was dann tiefer ist. Sowas ist super interessant, aber mit dem Gummi auch nicht so leicht zu angeln. Im Moment ist so, dass mein Bleikopf für das Tiefe, hinten den tiefen Bereich gut ist. Für vorne viel zu schwer für in diesem flachen zu fischen. Vor allem, wenn man die Kante nach oben fischt, hat man kaum mehr Absinkphasen. Man schleift den quasi nur so die Kante hoch. Was Bisse bringen kann, aber was schwer zu kontrollieren ist. Deswegen fische ich jetzt zuerst hinter der Kante mit einem bisschen schwereren Kopf. Und werde gleich einmal ganz leicht drauf machen. Und dann nur versuchen, diese Kante nochmal mit einem leichten Kopf quasi nachzufischen. Weil man richtig gut diese ganze Struktur mit nur einem Bleikopf und einem Gummi nicht abfischen kann. Tja, ich bin ein bisschen untröstlich. Ursprünglich haben wir angedacht, kein Angelvideo zu machen, auf dem nicht mindestens ein Fisch gefangen wird. Aber ich muss sagen, heute haben wir echt alles probiert. Wir haben jetzt ein paar Stunden hier geangelt. Und ich hatte keinen einzigen Biss, keinen Anfasser. Ich habe jetzt auch fast alles durchgewechselt. Und ich glaube, dass heute leider einer der Tage ist, die ja jeder Angler kennt. Nämlich ein richtiger Schneidertag. Es ist heute leider nichts zu holen. Deswegen kann ich nur sagen, tut mir leid. Aber ich glaube, wir brechen ab und werden heute leider ohne Fisch nach Hause gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.